Die häufigste Frage ist, wie sind denn meine Chancen? Die Antwort darauf ist relativ schwierig, denn es kommt immer darauf an, was die Studenten studieren, wo sie denn hingehen möchten. Grundsätzlich waren die Chancen, im Rahmen eines Auslandsstudiums wegzukommen, wahrscheinlich noch nie so gut wie heute. Ist es nicht wahnsinnig teuer, ins Ausland zu gehen? Kann ich mir das überhaupt finanzieren? Mittlerweile ist es nicht mehr wahnsinnig teuer, ins Ausland zu gehen, denn es gibt so viele Stipendienmöglichkeiten, über die wir dann auch im Auslandsamt beraten können. Und die dritte Frage, die die Studenten immer stellen, ist, verzögert sich durch ein Auslandsstudium nicht meine Studienzeit? Studiere ich dann nicht länger? Grundsätzlich ist das nicht unbedingt der Fall, denn es gibt viele Möglichkeiten, Studienleistungen aus dem Ausland anzurechnen und dann genauso schnell fertig zu werden, wie das eigentlich geplant war. Und selbst wenn man etwas länger im Ausland studiert, gibt es die Möglichkeit, Urlaubssemester zu nehmen. Das heißt, die Fachsemesterzahl geht nicht weiter und man studiert genauso lange wie vorher.